Hallo zusammen. Der Titel mag einige von euch erschüttern, denn es geht hier nicht um den normalen Anime-Inzest, sondern um den Inzest unter Autoren. Und ich meine das nicht wie bei den Lannisters, sondern ich meine das ganze intellektuell. Oder anders gesagt, seit Sword Art Online ist der moderne Isekai relativ gleichförmig geworden. Falls ihr mir nicht glaubt, hier ein kleines Beispiel. Ein Kack-Nerd mit einem Skillset, das für die echte Welt mehr oder weniger nutzlos ist, wird in eine Fantasy-Welt geschoben, die seltsamerweise aussieht wie ein japanisches Rollenspiel und wird dort zu einem total überpowerten Superkämpfer. Und er baut in dieser neuen Welt entweder ein Imperium, einen Harem oder beides auf. Und jeder von euch, der in den letzten 5 bis 10 Jahren die Mainstream-Animes geguckt hat, hat jetzt etwa 10 bis 20 verschiedene Animes im Kopf. Was an und für sich relativ seltsam ist, denn Isekai heißt eigentlich nur in einer anderen Welt. Und jetzt sind wir so weit, dass wir den Begriff Native Isekai haben. Ein Isekai-Anime, der kein Isekai ist, weil niemand in irgendeine Welt geschoben wird. Aber weil es das Feeling einer typischen Isekai-Show hat, heißt es Native Isekai. Es ist etwa so, als würde jemand vegane Bratwurst machen und der ganze Gag an dem veganen Bratwurst ist, dass sie vegan ist. Und dann kommt jemand auf die Idee, in die Bratwurst Fleisch reinzupacken und es vegane Bratwurst mit Fleisch zu nennen. Man untergebt den kompletten Sinn des Genres und alles ist so normisiert und fuck und... Einige von euch mögen jetzt sagen, dass ich das Ganze übertreibe. So viel wird doch gar nicht recycelt. Und ich glaube, ich muss euch ein spezielles Beispiel geben. So I'm a Spider, So What? hat vor neuestem einen Anime-Trailer bekommen. Also gehen wir einmal kurz die Prämisse durch. Es ist Isekai, aber der Hauptcharakter ist ein Monster. Du meinst du wie ein Overlord? Okay, okay, aber der Hauptcharakter kann Sachen absorbieren und kriegt daher seine Power. Ach, du weißt du wie ein Shield Hero? Ähm, ähm, äh, ja, aber der Hauptcharakter kann beides. Er ist ein Monster und kann Sachen absorbieren. Du meinst du wie ein Wiedergeboren als Schleim, wo er ein Schleim ist und Sachen absorbieren kann und davon Skills bekommt? Ende der Szene. Aber okay, okay, ich merke, ihr vertraut mir noch nicht. Ihr glaubt, ich bin wirklich zu allgemein mit meinen Beispielen. Okay, ähm, ich greife mir jetzt aus dem Kopf eines der spezifischsten, seltsamsten Dinger, das ich mir vorstellen kann. Ein japanischer Büroangestellter wird in eine mittelalterliche Fantasy-Welt geportet, hat aber eine Möglichkeit, Sachen online zu bestellen, die ihm zugeschickt werden und dadurch, dass er diese Sachen an die Händler-Gilde verkauft, macht er gutes Geld und steigt im Rang auf. Und, und, und außerdem hat er einen plotrelevanten magischen Wolf. Es kann nichts geben, was so fucking spielst. Oh mein Gott, es geht zwei davon. Und ich sage nicht, dass Isekai notwendigerweise dann Schuld ist, er sich selber kopiert. Das ist einfach Industrie. Sobald etwas auch nur einen Cent Gewinn macht, steht irgendjemand dahinter und sagt, ich möchte davon einen billigen Abklatsch. Egal ob jetzt bei Hollywood-Filmen, Spielzeugen, Games oder was auch immer. Aber der enorme Trend in Isekai-Animes lässt sich durch das Medium erklären. Und ich meine nicht Animes, sondern Web-Novels. Denn so gut wie jeder Isekai startet als ein Web-Novel. Und ein Web-Novel zu veröffentlichen, hat einen minimalen zeitlichen Aufwand und absolut kein finanzielles Risiko. Daraus ein Light-Novel zu machen, ist zwar ein geringes Risiko, aber auch nicht unheimlich riskant. Aus einem bekannten Light-Novel einen Manga zu machen, ist auch nicht zu schwierig. Man hat eine Leserschar, die auf jeden Fall den Manga kaufen wird. Und ein paar Zeichner anzuheuern, ist verhältnismäßig billig in Japan. Das Ganze animiert zu bekommen, ist schon wieder was anderes. Wie allerdings neuere Animes zeigen, ist es nicht schwierig, den größten Isekai-Trash aller Zeiten animiert zu bekommen. Der auch wieder eine verfickte Mechanik hat, bei dem der Hauptcharakter Leute essen kann, um deren Skills zu bekommen. Fucking Lannisters. Worauf ich hinaus möchte ist, desto unriskanter und kurzlebiger ein Medium ist, desto häufiger werden Kopien auftreten. Und diese Kopien werden entsprechend in nachlaufender Adaption dieses Mediums fortgeführt. Und ich wollte einfach mal über Isekais meckern. Und die Instastripper ein bisschen ärgern. Degeneriertes Gesindel. Aber all das sollte euch nicht davon abhalten, zu Yoko Geki zu schauen. Einige Dinge sind fucking Kunst.